einen wunderschönen guten tag heute habe ich wieder ein ganz kleines kurzes video für euch und zwar möchte ich euch ja gerne zeigen wie ihr eure olympus omd vielleicht mit wenigen handgriffen besser bedienen könnt denn gestern in meinem video habe ich schon erzählt es gibt eigentlich nichts wichtigeres als seine kamera aus dem ff zu beherrschen und dort sind oft diese kleinen tipps und tricks ganz ganz hilfreich um die kamera beim arbeiten schnell und effektiv bedienen zu können deswegen habe ich heute drei kleine tipps rausgesucht die mir in meiner täglichen arbeit immer die arbeit sehr sehr erleichtern und die möchte ich euch ganz gerne mit euch teilen das erste will ich jetzt mal direkt zeigen ihr kennt vielleicht alle das problem der fokuspunkt sitzt immer nicht genau dort wo man ihn haben müsste und jetzt passiert folgendes man muss hundertmal drauf klicken bis der fokuspunkt irgendwo ist wo er wieder sein soll bis er vielleicht wieder in der mitte irgendwo ist jetzt kann ich das ganze mit touchscreen bedienen aber es gibt manchmal noch ein paar einfache effektive dinge stellt euch vor euer fokuspunkt sitzt jetzt irgendwo ganz in der ecke wo ihn eigentlich nicht gebrauchen könntet und ihr wollt ihn jetzt wieder zurück in die mitte an seinen ursprungspunkt bewegen jetzt habe ich entweder die möglichkeit ich drücke hundertmal auf dieses steuerkreuz oder auf diesen joystick bei der omd e m1 mark 3 aber es gibt noch was ganz ganz einfaches haltet doch einfach mal zwischen eurem steuerkreuz die ok taste für zwei sekunden gedrückt und schon springt der autofokuspunkt wieder in die mitte zurück und das ist wirklich finde ich eine ganz ganz einfache sache um den autofokus irgendwo dort hin schnell wieder bewegen zu können wohin soll denn mal ehrlich in der mitte ist immer der wichtigste fokuspunkt für mich zumindest beim fotografieren und so habe ich es ganz oft dass ich einfach beim fotografieren hinten die ok taste gedrückt halte und der fokuspunkt springt wieder in die mitte zurück das war ein tipp den ich unheimlich wichtig finde zur bedienung der ganzen kamera um das ganze viel einfacher zu gestalten und das zweite betrifft die bildansicht ihr kennt das vielleicht ihr habt in eurer olympus e m1 mark 2 oder e m1 mark 2 e m1 mk 3 in der neuen ihr habt zwei speicherkarten drin welche ist jetzt die aktuelle zum bilder auswählen beim betrachten der bilder auch dort gibt es verschiedene möglichkeiten wie ich meine meine bilder auf diesen unterschiedlichen speicherkarten anschauen kann aber eine die mir immer sehr sehr schnell hilft ist es die wiedergabe zu drücken gedrückt zu halten und hier vorne an diesem drehrad zu drehen und dann passiert folgendes ihr könnt ganz einfach eure speicherkarte auswählen das heißt ich halte die bild die 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 wiedergabe taste gedrückt drehe vorne an diesem drehrad und schon kann ich zwischen der ersten und der zweiten speicherkarte auswählen und auch das finde ich sehr schnell und sehr effektiv das heißt ihr braucht nicht mehr in irgendwelche menüs rein um die speicherkarte auszuwählen einfach die wiedergabe taste gedrückt halten und parallel dazu gleichzeitig vorne an diesem drehrad am auslöser drehen also hier vorne diesen aus dieses drehrad drehen während ich hier hinten die wiedergabe taste gedrückt halte und schon kann ich die ganzen speicherkarten auswählen also auch das ist eine wirklich eine sehr sehr einfache sache ohne in irgendein menü reinzukommen und ich finde immer alles das wie ich die kamera bedienen kann ohne ein menü zu benutzen das finde ich immer ganz ganz großartig weil das spart beim täglichen arbeit viel viel zeit das nächste was ich euch gern noch mit auf den weg geben möchte ist der elektronische sucher normalerweise ist die kamera immer so eingestellt wenn ich mein display ausklappe springt die kamera zwischen elektronischen sucher und dem live für hin und her genauso habe ich meinen augensensor den ich benutzen kann wenn ich die kamera von meinem gesicht weg bewege um den live für anzumachen auch das ist wieder eine funktion die kann man aktivieren kann man deaktivieren dort kann ich normalerweise im menü rum suchen bis ich zu dem entsprechenden menüpunkt komme aber ihr kennt vielleicht alle neben dem sucher die taste für den live view dort kann ich jetzt folgendes machen ich kann einfach zwischen live view und zwischen dem live view und der sucher an sich hin und her schalten allerdings halte ich die taste auch wieder etwas länger gedrückt komme ich direkt in das menü zum umschalten des elektronischen suchers also auch dort taste einfach mal ein zwei sekunden gedrückt halten und schon kann ich dort zwischen allen drei modi auswählen wie ich meine kamera wie ich den elektronischen sucher benutzen kann auch das finde ich wieder eine unheimlich praktische sache wenn ich meine kamera schnell und effektiv bedienen möchte also probiert wirklich mal aus neben dem sucher den umschalttaste vom live view lange gedrückt zu halten und ihr könnt dann direkt den live view umwählen das war es auch jetzt heute schon wieder ganz ganz kurz und knackig aber ich denke drei tipps die euch die arbeit mit eurer olympus omd viel viel einfacher machen und dafür sorgen dass ihr viel mehr spaß beim fotografieren habt ansonsten wünsche ich euch einen schönen abend ich hoffe diese kleinen kurzen tipps helfen euch die kamera besser zu bedienen und ich wünsche euch viel viel spaß beim fotografieren beim ausprobieren und vor allem im kennenlernen und beim benutzen eurer olympus omd vielen dank fürs zuhören bis hoffentlich die nächsten tage das war es von meiner seite aus alles gute und bleibt gesund und 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 Vielen Dank.